News Nummer 1 Bald nun ist es soweit und endlich können wir die neue Playstation 4 begutachten. Doch bis dahin müssen wir noch auf den 20. Februar warten. Um genau 18 Uhr östlicher Standardzeit wird das Event losgehen. Das bedeutet für uns Deutsche, dass wir ab 0 Uhr dem Event zuschauen können. Das Mysteriöse an diesem Event ist, dass das Event gar keinen Namen besitzt und Sony lediglich ein Video gepostet hat und zwar mit dem Namen See the Future. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 News Nummer 2 Seit 2011 stellt das Unternehmen EcoATM Recycling Automaten in den USA auf. Man wirft in den Automaten einfach ein gebrauchtes, altes oder kaputtes Smartphone, ein MP3 Player oder ein Tablet hinein und man bekommt Geld ausgezahlt. Das abgekaufte Gerät wird dann später entweder weiterverkauft oder fachgerecht recycelt. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ganz einfach. Man legt das Gerät in einen angebrachten Schacht und dort wird das Gerät analysiert. Einmal wird geschaut, wie die Gebrauchsspuren sind, aber auch die Gerätenummer und die US-Version werden überprüft, damit es direkt Preise aus dem Internet vergleichen kann und dem Kunden danach eine Summe vorschlagen kann. Ein Problem sehe ich im Datenschutz und zwar muss man in den USA den Führerschein einscannen lassen und einen Fingerabdruck hingeben. Das soll alles der Sicherheit dienen, aber ich persönlich glaube nicht daran, denn ein Dieb würde auch ohne diese ganzen Maßnahmen trotzdem an das ganze Geld und die Geräte drankommen. Der zweite Punkt wäre, dass es später eine große Konkurrenz gegenüber den Secondhand-Geschäften werden würde. Der letzte Punkt wäre, warum baut man Automaten, um Geräte zu recyceln, wenn die Automaten viel, viel mehr Metall benötigen, um gebaut zu werden. So ein Automat braucht sehr viel Energie und sehr viel Material, was für mich die Gegenleistung nicht rechtfertigt. News Nummer 3 Das Gorilla Glass 3, welches auf der CES vorgestellt wurde, wird gegen Mitte 2013 in den ersten Smartphones bzw. Tablets zur Verfügung stehen. Das neue Glass hat eine dreifach höhere Schadensresistenz als der Vorgänger und außerdem sollen aufgetretene Kratzer viel weniger sichtbar sein. Seit 2007 produziert Corning für sehr viele Hersteller das Gorilla Glass. Durch den Ionen-Austausch wird das Glas sehr kratz- und bruchfest. Das Glas wird in ein etwa 400 Grad Celsius heißes Bad aus geschmolzenem Salz getaucht. Auf diese Weise werden die kleinen Ionen im Glas von den größeren Ionen im Salzbad ersetzt. Während der Abkühlung werden diese größeren Ionen zusammengepresst, wodurch eine Art Schutzschicht auf dem Glas entsteht. This is similar to the thickness of the glass. Just to demonstrate the amount of energy we're putting into the glass, this is what it does through a little machine with the same thickness. We'll do the same test with Gorilla Glass 3. Again, 7 Newton scratch. See. Still survives that test. News Nummer 4 Auf der Suchmaschine MegaSearch konnte man eigene Inhalte eintragen und fremde Inhalte finden. Was nicht sehr überraschte, war, dass man sehr, sehr viele urheberrechtlich geschützte Dateien gefunden hat. Kim.com stellte sich gegen alle diese illegalen Downloads und nahm alle Inhalte, die auf dieser Seite zwischenzeitlich gelistet waren, offline. Nebenbei hat Kim Schmitz auch noch ein Preisgeld ausgesetzt und zwar 10.000 Euro für jemanden, der Megas Open-Source-Verschlüsselung knackt. News Nummer 5 Das Windows 8 Upgrade kostet nun 119,99 Euro UVP. Die Pro-Version hingegen schon 279,99 Euro. Auf Amazon kostet das Ganze allerdings im Microsoft-Shop 52,99 Euro für die Windows 8 Pro Upgrade-Version. Werdet ihr euch Windows 8 holen? Ich werde es mir nicht holen, da sich erstens das ganze System ziemlich geschlossen hat und zweitens, weil das Ganze ziemlich auf eine Touch-Oberfläche basierend ist. I have a dream, like Dr. King, this is the time to stand up and fight. By any means, if we don't do anything, they will just blame it on the copyright. Keep this movement going, keep this movement tweeting, keep this movement moving. Keep this movement going, keep this movement going.